und willkommen zu einer neuen folge let's play bros in arms and in blood wir haben letzte woche letzte woche letzte folge neues kapitel angefangen und da schauen wir uns jetzt das immer an ich hoffe das jetzt besser klappt mit dem scheiß ton an das nervt langsam ja wir müssen nehmen doch dank an ich weiß nicht wie ich das vernünftig umkriegen soll wollen wir mal gucken wo sind wir denn hier lagerhaus muss man sichern bei uns da garantiert ist nur einer da ich kann die bis nach vorne ganz viel laufen lassen auch mann die scheiße schnauzer ey zu kotzen ach man das ist das erste mal dass wir so Leute belohnen haben die scheiße sollte kotzen ja gar keine scheiße hallo eigentlich ist immer so groß so so sieht doch gut aus ganz einmal verloren aber scheiße fuck you fuck you fuck you fuck you das war jetzt echt keine absicht Leute und äh hört mir vor was ihr wollt so guck mal anders jetzt mal gucken wie viele sind denn in meinem Angriffsteam bitte war ja campel paddock war ja kommen äh einer war ja total am Arsch so paddock Na Feuer Schuss hier wo da Heuerschutz hier 5 rüber kommen da Obst der Fallen schon erledigt? Tatsache, krass. Nein, nicht, nicht, nicht das, loslassen wolltest du. Los, weg von der Scheiß. Da drüben, ach da drüben, da drüben in Stellung gehen. Ich bin jetzt aus dem G3 weg. Ich weiß auch, wie in der Steuerung hat es schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt? Boah, scheiß nur, so habe ich ganz drauf. Los! Feuer! Vorsicht! Was ist noch mehr? Nach da drüben, Kemper! Los, Bewegung! Oh, ich weiß nicht, wie ich schieße. Ich weiß nicht, wie ich schieße. Ich weiß nicht, wie ich schieße. Da hin. Da drüben. Wenn, wenn, wenn. Ich weiß nicht, wie ich schieße. Ich weiß nicht, wie ich schieße. Ich weiß nicht, wie es das braucht. Ich weiß nicht, wie ich schieße. scheiße mann mann jetzt habe ich einen mann verloren scheiße naja egal, wir müssen es nehmen wie es ist ne echt, hat das nicht gedacht scheiße, die haben mir die flank gefahren oh, wir brauchen jetzt die anderen teile bleiben boah, man, der kotzt mich jetzt schon wieder an mit meinem letzten verbleibenden schuss, scheiße freier, campel, freier, nach da drüben campel, darüber freier, nach da drüben mir geht es einfach so, scheiße, das tut weh verdammt, die ganze zeit geht das so jodend jetzt auf einmal krieg ich verlier ich meine leute, aber campel, los, bewegung oh nö, jetzt schon wieder mörser freier, gruppe, zu mir campel, sperrfeuer erledigt sie ein feier verloren, auch super boah, man, ich war wieder auf alle man ganze Hurenscheife werfegranate so die kamer ist gut jetzt scheiße ich werfe eine granate das war immer im angst das war leute die der 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 unten gehen kann bei mir bleiben im laufschritt Meccanel, los! Boah, und aus dem Grund gehe ich mir jetzt mal allein, ey, das hat die ganze Zeit so gut geklappt. Und jetzt? Oh man, das ist doch gut, oh man, zu Gott sei Dank. Oh man. Boah, ich würde da ganz gut stehen, gut stehen. Neu. Oh, ich muss doch mal, ey, ey. Oh man, ich würde da nicht gehen, was ich hier schreibe. Da, in Deckung gehen! Oh, ich zieh ihn da ein. Boah, die Meccanel hat, aber... Scheiße, Scheiße, Scheiße. Granate! Da drüben in Stellung gehen! Los! Bewegung! Okay, so! Sonnabend! Meccanel nicht! Der ist tot! Alle hierher! Meccanel! Vielleicht kann man gegen SDGP-Firsch eintauschen. Bewegung! Und sehen, wie die ist. Was soll ich mitmachen? Was soll ich mitmachen? Der ist unser. Auf mich! Einer weniger! Anscheinend haben wir eine Menge Crowds aufgescheucht. Hey, die hauen ab! Wir bleiben einen Moment hier und formieren uns neu. Dann schnappen wir sie uns und geben ihnen den Rest. Ich habe meine Männer verloren, Scheiße. Oh, Mann, ey. Wir überleben weiter. Oh, Mann, da kotzt mich an! Wenn ich bereits befördert war, hatte ich immer noch das Gefühl, Baker voll zu lassen. War zu diesem Zeitpunkt vermutlich das Beste. Ja. Sind sie auf viel Widerstand gestoßen? Ja. 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 Wir kommen zwei Seiten an und treffen uns dann wieder auf dem Platz. Was soll ich noch groß erzählen, Jungs? Bringen wir es hinter uns. Glatter Durchschuss! Warum schießen die denn ausgerinnert auf mich? Diese Schweine! Oh, verdammt tut das weh! Der Krieg ist kein Zuckerschlecken. Oh, was schmeckt das? Was hab ich die meisten? Und jetzt sind die ausgetauscht. Okay, ich würde sagen, das war das für heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Bros & Arms End of Blood. Wir haben ja jetzt eine Folge schon wieder geschafft. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.